Herzlich willkommen zum vierten Modul im Bereich nachhaltiges Bauen. Heute geht es um die Fortführung des ressourcenschonenden Bauen und um auch ein weiteres wichtiges Kapitel im städtebaulichen, aber auch im Gebäudekontext. Das ist die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit. Wir hatten das letzte Mal schon über Ressourcenschonung gesprochen auf Materialebene, auf Flächenebene und auf energetischer Ebene. Und heute soll es eben um die Fortführung gehen und wie ich darauf reagieren kann. Das ist das letzte Einzelmodul im ersten Block. Wir werden anschließend oder danach eine Sitzung haben, eine Veranstaltung haben und die Themen besprechen und auch schon mit Ihrem Projekt beginnen, wo Sie dann das erlernte Wissen auch tatsächlich anwenden sollen. Ressourcenschonung. Wie gesagt, drei Themen hatten wir schon behandelt. Jetzt geht es auch um die Schonung von Wasserressourcen. Das heißt, wir werden uns anschauen, wie kann ich Wasser schonender nutzen bzw. ein nachhaltiges Regenwassermanagement betreiben. Wie gehe ich mit Stoffströmen um und so weiter. Das sind die weiteren Themen, die heute kommen. Zunächst einmal das Thema Wasser. Warum ist das Thema wichtig? Auch da eine kleine Schätzfrage. Machen Sie sich Gedanken, wie viel Liter Trinkwasser verbraucht eine Person in Deutschland pro Tag durchschnittlich. Wichtig dabei ist zu wissen, dass dabei nicht nur das Wasser zählt, das Sie tatsächlich im Haushalt verwenden, sondern auch das gesamte Trinkwasser eingerechnet wird, verteilt auf die Einwohner. Wenn man das mal zusammenrechnet, kommt man insgesamt auf ca. 120 Liter pro Person und Tag. Das sind für die Stadt Stuttgart zum Beispiel knapp 70.000 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag. Oder eine Fläche von 6,9 Hektar mit einem Wasserstand von 1 Meter. Also schon eine sehr große Menge allein für so eine Stadt wie Stuttgart. Wie setzt sich das jetzt zusammen? Das sehen Sie an dieser Abbildung. Wir haben den größten Anteil doch im Haushalt. Das ist die Körperpflege, Baden, Duschen, Waschen. WC-Spülung mit einem Drittel. Das wäre auch ein Ansatzpunkt, auf den wir später eingehen. Wäsche waschen. Auch das kann man durchaus, muss man nicht mit Trinkwasser machen. Wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, kommt man auf knapp 48 Prozent. Das ist von der Darstellung jetzt nicht ganz proportional. Geschirrspülen, Raumreinigen, Autopflege, Essen, Trinken, der grüne Bereich. Das zusammengenommen sind auch nochmal 20 Prozent. Und dann der gewerbliche Teil mit gut 10 Prozent. Vertrocknung und Hochwasser. Da gibt es, naja, einige Abbildungen, die Sie auch aus anderen Modulen vielleicht kennen, aus dem Bereich Umwelt. Dass es einen gewissen Zusammenhang natürlich gibt zwischen der abfließenden Wassermenge des Regenwassers und der versickernden Menge. Das heißt, ich habe natürlich ein naheliegenderweise größeres Speichervermögen, wenn ich einen größeren Anteil des Regenwassers tatsächlich versickern lassen kann. Wenn ich das, wie momentan noch häufig der Fall ist, oberflächlich abführe, führt das natürlich zu sehr starken Ausschlägen. Das heißt, einerseits niedrige Wasserstände oder Hochwässer auf der anderen Seite oder auch bei Starkregenereignissen lokale Überflutungen. Wie sieht deswegen ein nachhaltiges Hochwassermanagement aus? Ziel soll natürlich sein, so wenig wie möglich in den natürlichen Wasserkreislauf einzugreifen. Das heißt, einen großen Anteil des Regenwassers, das aufs Grundstück oder das Gebäude fällt, tatsächlich versickern lassen zu können. Oder zu nutzen und dann abzuführen und möglichst eben nicht direkt das Regenwasser einzuleiten, sondern zumindest zu drosseln die Wassereinleitung durch, zum Beispiel begrünte Flächen auf dem Dach. Welche Versickerungselemente gibt es? Es gibt Flächenversickerungen, Muldenversickerungen und so weiter. Sie können die einzelnen technischen Komponenten jetzt hier entnehmen. Und das wäre auch die Schnittmenge oder eine Schnittstelle zu den Modulen der Wasserbewirtschaftung. In vielen Gemeinden ist es mittlerweile, so kenne ich es zumindest aus der Eifel so, dass bei Neubauten ab einer gewissen Größe, sofern kein Trennsystem vorhanden ist, eine grundstücksintegrierte Regenwasserversickerung verbindlich vorgesehen ist. Damit eben möglichst wenig Trinkwasser, möglichst wenig Regenwasser ins Kanalnetz eingeleitet wird, sondern direkt wieder versickern kann, wo es denn sonst auch versickert wäre. Wie könnte eine Drosselung aussehen der Wassereinleitung? Das könnten zum Beispiel naturnahe Begrünungen sein, wie jetzt hier, oder aber auch Dachbegrünungen, oder Wassersplätze, wie hier im Beispiel Rotterdam. Wir hatten dazu auch mal einen Baupraxisvortrag vor zwei oder drei Jahren an der Hochschule, wieso eine Drosselung der Regenwassereinleitung aussehen kann. Und wie könnte jetzt das vierte Prinzip aussehen der Regenwassernutzung? Na ja, durch Zisternen entsprechend, Regenwasserspeicherung und wieder Nutzbarmachung im Gebäude, entweder für WC-Spülungen oder für im Wohnbereich üblich auch das Waschen von Wäsche. Also überall da, wo ich jetzt nicht die strengen Trinkwasseranforderungen unbedingt benötige, kann ich sehr gut Regenwasser einsetzen. Für die Begrünung natürlich, für die Bewässerung, Entschuldigung, die Bewässerung von Begrünungen am Gebäude, kann ich das gespeicherte Regenwasser letzten Endes genauso nutzen. Das ist in der Regel auch eine Kombination, diese Nutzung in Kombination mit einer Drosselung. Wenn der Speicher voll ist, fließt natürlich das weiter eingeleitete Regenwasser wiederum ab ins Kanalsystem, aber ich habe auf jeden Fall eine Drosselung und wenn ich das gut aufeinander abstimme, also die Zisternengröße und die Nutzungsmenge mit der versiegelten Fläche, die ich da mit einfange, kann ich im Wohnbereich circa die Hälfte oder gut die Hälfte des Regenwassers, des Trinkwasserbedarfs auch einsparen und durch Regenwasser ersetzen. Und dann als letzter Teil die Einspeisung oder Ableitung des Regenwassers. Da gibt es, das werden Sie aber auch kennen, zwei Systeme, Misch- versus Trennkanalisation. Deswegen nur noch mal als Erinnerung, dass es diese beiden grundsätzlich verschiedenen Systeme gibt. Also Zusammenfassung nachhaltiges Regenwassermanagement. Ich muss letzten Endes, Prio 1 wäre, die Versickerung vor Ort zu ermöglichen, um die Grundwasserneubildung zu ermöglichen, weil ich ja durch mein Gebäude oder die Grundstückversiegelung zunächst einmal verhindere, dass das Regenwasser, was auf die Erde fällt, versickert, da wo es sonst versickern würde. Dann eine Reduzierung des Trinkwasserbedarfs und möglichst die Ersetzung des Trinkwassers durch Regenwassernutzung. Und dann die weiteren Punkte, die Sie hier letzten Endes aber auch der Tabelle entnehmen können. Nächster Bereich der Ressourcenschonung, das ist das Management von Abfall- und Stoffströmen. Wir hatten über Abfälle schon gesprochen. Weltweit, wir hatten uns das das letzte Mal angeschaut für Deutschland, weltweit werden circa 5,5 Millionen Tonnen Abfälle pro Tag produziert oder entstehen, fallen an. Und wie gehe ich jetzt damit um? Wie könnte eine nachhaltige Abfallbewirtschaftung aussehen? Ich kann, öffne mal das Gesamte hier, bei Kunststoffen zum Beispiel Energie gewinnen, bilanziell gewinnen. Also zur Herstellung der Kunststoffe brauche ich natürlich Energie. Letzten Endes kann ich aber auch die fossilen Rohstoffe wieder nutzbar machen durch Verbrennen. Also es kann den Heizwert nutzen. Und das ist bilanziell mehr als der Energieaufwand, den ich für die Herstellung brauche. Das heißt, ich erzeuge einen Energiegewinn durch thermische Verwertung. Und wenn ich das vergleiche mit dem Recyclingpotenzial von Kunststoffen, so ist das energetisch gesehen, ja, ein sogar, ich sag mal, gleichwertiger Schritt. Das heißt, die thermische Verwertung und der Energieaufwand zum Recycling hält sich in etwa die Waage. Wie sieht das im Bereich Papier aus, diese Bilanz? Ähnlich, kann man sagen. Das heißt, die Energiebilanz einer stofflichen Verwertung ist in der Regel mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar besser als die der thermischen Verwertung. Nur, dass ich natürlich die Ressourcen einspare. Am Beispiel von Papier kann man sagen, das heißt, ich brauche 15 Megajoule pro Kilogramm Produktion, also hergestelltes Papier und genauso hoch ist in etwa der Heizwert. Allerdings brauche ich oder kann ich nicht den gesamten Heizwert auch tatsächlich nachher nutzbar machen als Nutzenergie, sodass das vom Wirkungsgrad der Anlage abhängt, der in der Regel so bei 30, 40, sagen wir durchschnittlich 35 Prozent liegt, sodass ich letzten Endes nur 5,3 Megajoule von den 15 Megajoule nutzen kann als Wärme im Gebäude. Und für die Produktion von Recyclingpapier brauche ich andererseits nur 0,8 Megajoule. Das heißt, das ist in der Regel vorzuziehen, weil ich ja auch Ressourcen spare. Über Urban Mining hatten wir das letzte Mal gesprochen. Es gibt noch ein anderes Prinzip der lokalen Stoffströme, das ist das Urban Farming. Das heißt, die innerstädtisch hergestellten Produkte auf Dächern, an Fassaden. Wir haben an der Hochschule Koblenz, der Kollege Ruhoff leitet das Projekt, wird geforscht für zu begrünten Fassaden. Das sind jetzt nicht in der Regel alles Nutzpflanzen, sondern das sind Begrünungen, die auch dazu dienen sollen, zu verschatten und zu kühlen. Es gibt einige Projekte auch in Deutschland zum Bereich Urban Farming. Die Mengen sind natürlich begrenzt, wenn man es auf die Einwohner verteilt, aber der Effekt ist da und er ist auch doppelt da, dadurch, dass ich nämlich nackte Dachflächen versiegele oder versehe mit Begrünungen, die auch Verdunstung letzten Endes gewährleisten, also Kühleffekt haben, sorge ich auch dafür, dass diese lokalen Hitzeinseln in der Stadt etwas reduziert werden. Industrielle Stoffkreisläufe gibt es natürlich auch einige Beispiele, dass Industrieketten sich lokal zusammenschließen. Auch das ist für Industriegebiete relevant und interessant. Hier ein Beispiel aus Dänemark, wo sich so ein Industriekonglomerat gebildet hat, um die Stoffströme kurz, die Wege kurz zu halten. Weitere Bereich der Ressourcenschonung ist die Biodiversität am Standort und die Lichtverschmutzung. Als Biodiversität bezeichnet man die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, also die Artenvielfalt könnte man auch sagen. Auch das kann ich lokal unterstützen. Das ist jetzt nicht immer nur eine Aufgabe letzten Endes, die im Regenwald oder sonst irgendwo angesiedelt ist. Auch das ist ein globaler Trend, dem ich etwas entgegensetzen muss, auch vor Ort, auch bei uns vor Ort. Es gibt dazu auch einen Sonderbericht des IPCC, also des Weltklimarats, den ich Ihnen in die Unterlagen gestellt habe, zum Rückgang der Artenvielfalt auf dem Land und in den Meeren, der ganz dramatische Ausmaße angenommen hat schon. Und die wichtigste Ursache für den Rückgang der Artenvielfalt ist die extrem veränderte Landnutzung. Das heißt, Abholzen von Regenwäldern für Plantagen oder auch für die Ansiedlung von Industrieflächen führt sehr schnell zu einer lokalen Klimaveränderung im Bereich Vegetation. Vegetation wirkt sich auch auf die Tierwelt aus. Das heißt, ich habe auch einen Rückgang der Artenvielfalt da zu beobachten. Ich habe, wenn Landwirtschaft angesiedelt wird, eine höhere Stickstoffbelastung von Gewässern. Und weitere Folgen, das ist wiederum im Kreislauf der letzten Endes, auch dazu führt, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre sich erhöht. Was sollten jetzt die Ziele sein des Artenschutzes? Naja, dem entgegenwirken. Also Stärken von Ökosystemen, Erhalt von biochemischer und genetischer Information und so weiter. Das können Sie da alles lesen. Und wie kann ich das jetzt umsetzen am Gebäude in der Stadt? Natürlich im begrenzten Umfang nur. Auch wiederum durch Begrünung von zum Beispiel Dächern. Dadurch werde ich jetzt natürlich keine großen Tiere in die Stadt locken oder dort halten. Aber Insekten profitieren doch sehr stark davon. Oder ich kann das sehr positiv beeinflussen. Wie gesagt, es gibt noch weitere positive Effekte von begrünten Dächern, begrünten Fassaden. Das kommen wir später auch noch zu, wenn es auf Resilienz oder zu Resilienz geht. Also ich kann durchaus am Gebäude was machen. Das ist sicherlich nicht der Mega-Beitrag. Aber im geringen Umfang werden wir auch das Thema bewerten, wenn es an die Nachhaltigkeit von Gebäuden geht. Ein weiterer Punkt ist die Lichtverschmutzung. Es ist auf den ersten Blick, fragt man sich, wie hängt das jetzt zusammen? Welche Auswirkungen hat das? Einige Folgen sind dort genannt. Also durchaus auch Einfluss auf die Gesundheit von Menschen. Also erhöhte Schlafstörungen, erhöhtes Krebsrisiko durchaus. Natürlich kann ich jetzt sagen, okay, ich kann ja mein Schlafzimmer abdunkeln. Aber den Biorhythmus kann ich letzten Endes, hängt auch vom Umweltlicht ab. Gesundheit von Tieren, Ausbreitungsräume von Tieren werden negativ beeinflusst. Und natürlich der Energieverbrauch und die Kosten. Da liegen die Handlungsfelder natürlich hauptsächlich im Quartier, aber auch durchaus am Gebäude. Sie sehen jetzt hier drei exemplarische Beispiele, wie ich zum Beispiel Verkehrswege gut und schlecht ausleuchten kann, wie ich Fassaden gut und schlecht ausleuchten kann. Die Frage ist natürlich, muss ich überhaupt Fassaden ausleuchten? Oder auch lokale Beleuchtung am Gebäude kann ich gut und schlecht machen. Das heißt, da gibt es vier Kriterien, vier Aspekte. Das ist die Abschirmung, dann die Lichtfarbe, die Lichtintensität und die Energieeffizienz der Leuchtmittel. Ein kleines Beispiel dazu sehen Sie jetzt hier links, Hamburg City. Wir haben weißes Licht, das lockt Insekten an und Spinnen. Kaum grün, kaum Vögel. Das heißt, ich habe eine Verschiebung letzten Endes der Zusammensetzung des Mini-Ökosystems in diesem Bereich. Anderes, Entschuldigung, anderes Beispiel dazu. Gut, ist ein bisschen weiter weg, Las Vegas. Aber auch da sieht man, dass natürlich Licht und Insekten sich schon auch gegenseitig beeinflussen. Frage ist, muss das sein? Kann man sich oft fragen. Aber es ist auch wiederum ein kleiner Aspekt. Und man kann sagen, das wäre jetzt nicht besonders nachhaltig, wenn ich eine solche Effektbeleuchtung da anordne. All das hat durchaus Einfluss auf das Stadt- und Mikroklima vor Ort. Wir haben einige Aspekte gesehen, warum man das berücksichtigen sollte. Andere Aspekte, die ich eben auch schon erwähnte, sind thermische Effekte, die in der Stadt auftreten, Frischluftschneisen. All das sind Themen, die ich durch geeignete Gebäude und auch Quartiersausbildung positiv beeinflussen kann. Wenn wir auf den Bereich Wärmeinsel oder Heat Island-Effekte eingehen, dann sehen wir hier ein Beispiel aus Frankfurt, dass ich also durch eine Begrünung, Sie sehen da den Grünzug, den lokalen Hitzeeintrag schon sehr stark reduzieren kann. Hier fehlt jetzt ein bisschen die Skala, sodass man es nicht einordnen kann. Aber wenn man das vergleicht zu der nicht begrünten Straße, sehen wir da schon sehr deutliche Unterschiede, die bis zu 4, 5 Kelvin betragen können. Wie kann ich dem jetzt entgegensteuern? Ich hatte das Projekt der Fassadenbegrünung schon erwähnt. Sie sehen jetzt hier ein Beispiel aus Brasilien. Es ist sicherlich ein bisschen übertrieben dargestellt, wenn man davon sagt, dass das Gebäude als lebender Organismus zu betrachten ist, das atmet und schwitzt. Da stellen sich einem so ein bisschen als Bauphysiker die Nackenhaare auf, weil mit dem Atmen und Schwitzen ist so eine Sache von Gebäuden. Aber man hat sicherlich einen Einfluss auf das lokale Mikroklima. Hier sehen wir so das Prinzip. Das können Sie sich in den Unterlagen auch anschauen. Also dieses Thema der Regenwasserbewirtschaftung, der Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, Verringerung der lokalen Hitzeinseleffekte, lokale Kühlung, Verschattung. Das hängt schon sehr stark zusammen. Und wenn Sie später als Auditorin, als Auditor Verantwortung mit dafür tragen, ein Gebäude nachhaltig zu gestalten, dann ist das ein Aspekt, den man sehr früh einbringen muss. Also wenn die ersten Entwurfsideen entstehen, habe ich natürlich die Möglichkeit, über solche Themen besser zu diskutieren, als wenn ich schon in Leistungsphase 3 oder schon in der Genehmigungsplanung bin. Damit sind wir eigentlich schon direkt am nächsten Thema. Der Resilienz, also Widerstandsfähigkeit und Klimaanpassung von Quartieren und Gebäuden. Auch dazu gibt es ein eigenes Modul an der Hochschule Koblenz. Und das, was man im Auge behalten muss dabei, ist, dass die Resilienz einen sehr großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit oder auch Langlebigkeit von Stadtstrukturen, also letzten Endes von Quartieren hat. Also je nachhaltiger, je resilienter ein Quartier ist, desto dauerhafter wird es auch positiv genutzt werden. Wenn ich ein Quartier habe, wie jetzt hier in der Abbildung, das offensichtlich nicht widerstandsfähig genug gegen Überschwemmungen war, ob ich das überhaupt machen kann, ist die Frage. Das ist übrigens das Beispiel New Orleans. Dann wird das Gebiet sicherlich sehr stark aus dem Gleichgewicht geworfen, wenn eine solche Megaüberschwemmung, wie Sie hier sehen, in den Abbildungen oben und unten auftritt und sehr große Stadtflächen davon betroffen sind. Und das wird ganz klar, das kann man jetzt schon absehen, sehr stark zunehmen bis zum Jahr 2050. Am Beispiel Berlin, wir hatten letztes Jahr eine Jahresdurchschnittstemperatur von 9,65 Grad Celsius und bis zum Jahr 2050, vorsichtig geschätzt, wird die ansteigen um 2 Kelvin auf 11,63. Zweite Nachkommastelle ist Quatsch. Also um circa 2 Kelvin ansteigen. Und ich werde weitere Städte haben, global, die eine solch starke Transformation, was nur die Temperatur bedingt, mitmachen werden. Rote Punkte sind hierbei Städte, in denen die Bewohner mit bisher weltweit nicht bekannten Klimabedingungen zu tun oder konfrontiert werden. Das heißt zum Beispiel Temperaturen punktuell über 50 Grad Celsius. extreme Luftfeuchtigkeit, also Trockenheit. Extrem Niederschlagsverteilung übers Jahr gesehen. All das wird, wenn wir nicht ganz schnell was am Klimawandel machen, wird so kommen. Und die Aufgabe wird dann sein, diese Städte statt Strukturen widerstandsfähig zu machen, möglichst widerstandsfähig gegenüber diesen extremen Themen. Und wenn wir jetzt noch einen weiteren Aspekt dazunehmen, dass in diesem Kreis, der hier grau dargestellt ist, über 50 Prozent der Weltbevölkerung 2020 leben, dann sehen wir, dass da schon einige Menschen von betroffen sein werden. Welche sozialen oder Flüchtlingsströme das haben wird, das ist noch nicht absehbar, aber es ist leicht vorstellbar, dass da irgendetwas passieren wird. Nochmal zum Stichwort Resilienz. Resilienz im weiteren Sinne ist die Widerstandsfähigkeit, Robustheit, Unverwüstlichkeit oder Selbstregulationsfähigkeit von Strukturen. Das stammt ursprünglich aus der Physik- und Werkstoffkunde. Und wenn man jetzt sagt, warum ist das wichtig, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Wenn wir jetzt mal versuchen, zwei Beispiele dafür zu finden, wäre ein schlechtes Beispiel New Orleans im Zusammenhang mit dem Hurricane Katrina. Sehr stark aus dem Gleichgewicht gebracht, kaum widerstandsfähig. Und als gutes Beispiel könnte man sagen, Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Wer schon mal in Berlin war, kennt vielleicht die Handpumpen und so weiter, die sehr kurzfristig und schnell der Bevölkerung halfen zu überleben. Also bevor es eine zentrale Trinkwasserversorgung gab, war es relativ schnell möglich, durch diese Handpumpen dann diese Versorgung mit Trinkwasser sicherzustellen. Was sind jetzt Merkmale und Eigenschaften resilienter Systeme? Wir haben, ja klassischerweise wird da unterschieden zwischen fünf Bereichen, die Sie hier sehen. Also Vielfalt, Heterogenität macht widerstandsfähig, Redundanz macht widerstandsfähig, Wissen und Kompetenzen auf, wenn man so will, Soft-Skill-Ebene macht widerstandsfähig, Identität und Werte und Qualität des Austausches und der Beteiligung. Dabei sind jetzt mehr die sozialen Strukturen gemeint und oben könnte man sagen, sind mehr so die technischen oder funktionellen Strukturen mit gemeint. Und daraus lässt sich letzten Endes ableiten, Eigenschaften, die Sie hier in blau sehen, das heißt aus Vielfalt, Heterogenität, also den Strukturmerkmal, wird dann die Eigenschaft, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Robustheit und so weiter. Und das sind erstmal natürlich allgemeine Begriffe, die man jetzt umsetzen kann auf Quartiere und auch auf Gebäude, um resiliente Strukturen zu schaffen. Und das wird bewertet, unter anderem mit dem Kriterium SITE, also Mikro-Standort, da wo das Gebäude letzten Endes entsteht. Und dieses Kriterium bewertet den Standort, das heißt sowas wie Erdbebenrisiko, Sturmrisiko, Hochwassergefährdung und so weiter. Und insgesamt 14 verschiedene Kriterien, gegen die ich mich dann eventuell wappnen muss. Das heißt, das Kriterium SITE 1.1 bewertet das und macht letzten Endes auch aufmerksam, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich Luftqualität, sagen wir mal, oder Außenlärm eine schlechte Punktzahl bekomme, heißt das auf der anderen Seite, dass ich durch mein Gebäude darauf reagieren muss oder kann oder vielleicht nicht an diesen Standort gehen sollte. Eine sehr interessante Auflistung von Kriterien, die auch wiederum natürlich sehr viel mehr Sinn machen, ganz, ganz früh im Entscheidungsprozess, ob ich denn dieses oder jenes Grundstück nehme. Also wenn mehrere Grundstücke zur Auswahl stehen, kann dieses Kriterium dabei helfen, eine quantitative Auswahl zu ermöglichen. Wir sehen jetzt hier die Herausforderungen für das Jahr 2020 und die Folgejahre am Beispiel von Karlsruhe, genau, da steht es ja. Ziel ist hier auch wiederum letzten Endes die Vermeidung dieser lokalen Hitzeinseln und die Häufigkeit dabei. Und wie kann ich darauf reagieren? Durch Begrünung zum Beispiel. Das ist jetzt Freiraum und Grünplanung. Das heißt, da gehen wir jetzt in unserem Modul nicht so intensiv drauf ein. Aber das ist sicherlich die wirkungsvollste Art und Weise, diese lokalen Hitzeinseln zu entschärfen. Das ist die nachhaltigste und letzten Endes kostengünstigste. Wenn ich nämlich die Krankheitstage und die Todesraten über Sterblichkeit damit vergleiche, dann ist das sicherlich die beste Möglichkeit, diese Hitzeinseln und die Häufigkeit und die Dauer letzten Endes auch der heißen Sommertage zu reduzieren. Das alles wird zusammengetragen. Sie können beim Umweltbundesamt dazu einige Pilotprojekte sich anschauen, die Ihnen letzten Endes helfen, auch in der Beratung. Also wiederum, wenn Sie später in der Planung tätig sind oder in der Beratung, helfen natürlich solche Datenbanken ganz enorm, indem ich auf ein anderes Leuchtturmprojekt verweisen kann, dass das schon realisiert worden ist und auch eventuell evaluiert worden ist. Das hilft bei der Argumentation, zum Beispiel die Dachbegrünung oder die gebäudenahe Begrünung zu forcieren oder in den Vordergrund zu stellen. Welche Handlungsfelder habe ich auf Quartiersebene? Ich habe letzten Endes drei Dimensionen. Ich kann konzeptionell, also über eine multifunktionale Flächennutzung oder klimaangepasste Unterhaltungskonzepte für Grünflächen, also eine Mehrfachnutzbarkeit von Grünflächen, die Lebensqualität und auch Widerstandsfähigkeit erhöhen. Ich kann baulich darauf reagieren, darüber hatte ich eben gesprochen, und ich kann aber auch sozial darauf reagieren. Das ist wieder der Punkt Heterogenität. Also da ist überall die Stadtplanung gefragt, ein Stück weit auch die politische Ebene. So kann ich auch durch eine geschickte Quartiersausgestaltung die Widerstandsfähigkeit erhöhen. Beispiel dafür sommerliche Extremwetterlagen sehen Sie jetzt hier in der Abbildung durch solche öffentlich zugänglichen Flächen. Das ist jetzt ein Wasserplatz in Rotterdam, wurde 2013 fertiggestellt und soll letzten Endes dazu führen, dass bei jedem Regen diese Fläche überschwemmt wird, wiederum verdunsten kann. Das, was ich jetzt persönlich hier nicht so besonders gelungen finde, ist die Begrünung dieser Fläche. Da könnte man sicherlich noch ein bisschen mehr machen, weil wenn da kein Wasser drinsteht, ist das sicherlich eine sehr starke Aufheizung des Gebiets. Grün in der Stadt ist sehr wichtig. Also auch da sind wir wieder auf Quartiersebene. Ich zeige Ihnen jetzt hier nur einige Impressionen. Ich muss natürlich auf die richtige Baumart achten. Wir haben wieder ein sehr trockenes Jahr 2020. Nadel oder die heimischen Wälder, die ursprungsheimischen Wälder sind sehr stark zurückgedrängt worden. Und ich muss natürlich jetzt Bäume nehmen, die auch durchaus längere Trockenphasen überstehen und auch höhere Temperaturen überstehen, die also letzten Endes 20, 30 Jahre überlebensfähig sind. Darauf muss ich achten. Wassermanagement zur Vegetationssicherung, also Entsiegelung. Die sozialen Aspekte, wenn Sie sich erinnern an die Heterogenität, die Verzahnung der einzelnen sozialen Funktionen des Quartiers ermöglichen, also keine monokulturellen Nutzungen wie Riesenwohnsilos, dann an anderen Stellen wieder große Büroparks, sondern eine möglichst enge Verzahnung dieser Nutzungen sorgt auch für soziale Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Und das geht natürlich auch fließend über in den Bereich Energie und Mobilität. Auch das muss ich verzahnt denken und nicht losgelöst monokulturell. Also die Schlafvororte vor großen Städten, das ist sicherlich kein Beispiel für eine widerstandsfähige Struktur. auf verschiedenen Ebenen nicht. Und dazu finden Sie im DGNB-Kriterium Quartiere einige Bewertungsdimensionen, die hier kurz aufgelistet sind, die wir aber jetzt in dem Modul nicht vertiefen werden, sondern wir beziehen uns auf die Gebäudeebene. Aber gerade wenn es um die Widerstandsfähigkeit von Gebäuden geht, dann muss ich über das Quartier reden. Da komme ich letzten Endes nicht drum herum. So, das war es auch schon mit dem vierten Einzelmodul. Wieder eine kurze Zusammenfassung. Also was sollten Sie wissen, auch im Hinblick auf Ihre Prüfung, also bei der DGNB. Zum Beispiel so Sachen wie, wie viel Trinkwasser Sie in etwa pro Tag benötigen. Dann die Vorteile dezentraler Regenwasserbewirtschaftung und so weiter. Sie können die Punkte alle lesen. Überprüfen Sie es für sich selber, auch wenn Sie sich vielleicht auf die Prüfung vorbereiten. Und jetzt nochmal kurz genannt, die für das Thema wasserrelevanten Kriterien für Gebäude sind hier hinterlegt. Natürlich ganz stark Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen, ENV 2.2, spielt eine sehr große Rolle oder deckt das eigentlich sehr, sehr stark ab. Dann auf Quartiersebene, nur ganz kurz gezeigt. Dann das Thema Biodiversität, das spiegelt sich auch wieder. Es hat ein eigenes Kriterium bekommen. Biodiversität am Standort, ENV 2.4, spielt da eine sehr große Rolle. Auf Quartiersebene vergleichbar. Und für das Thema Resilienz relevante Kriterien sehen Sie hier auch wieder so Sachen wie Flexibilität, Umnutzungsfähigkeit könnte man da nennen, wenn es um die Durchmischung geht. Ansonsten sind es immer Teilaspekte einzelner Kriterien, die in den Bereich Resilienz mit rein spielen. Auf Quartiersebene ein eigenes Kriterium, Resilienz und Wandlungsfähigkeit, Stadtklima, ganz wichtig. Also auch das eher ein Quartiersthema. Und für das Thema Stadtklima relevant im Bereich Gebäude sehen Sie hier auch wieder Randaspekte, Schnittmengen vielleicht und auf Quartiersebene da natürlich die Hauptpunkte zum Thema Stadtklima. Eigenes Kriterium ENV 1.5 Und für das gesamte Thema relevant jetzt hier auf Quartiersebene, deswegen erzähle ich es gar nicht so so ausführlich, auch mal mit Gewichtung genannt. Ja, dann bedanke ich mich erst mal für die Aufmerksamkeit. Das waren jetzt die Elemente des ersten Themenblocks bei unserem Modul Nachhaltiges Bauen und wie gesagt, jetzt schließt sich ein Meeting, eine Vorlesung, eine Veranstaltung, je nachdem wie das Semester sich entwickelt, an und wir besprechen die Themen nochmal und übertragen das dann auch auf Ihr Projekt, das Sie dann auch letzten Endes als Prüfungsleistung untersuchen sollen. Vielen Dank, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis demnächst. Tschüss.